Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist ein Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Udiana, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was kommt Monat März auf dich zu und das schauen wir an bei dieser Legung. Die ersten Karten haben immer eine wichtige Bedeutung. Oft beschreibt sogar die Monatsthemen. Die allererste Karte zeigt sich der Weg. Und das heißt, Schicksalswegen kreuzen sie sich. Es sind wichtige Begegnungen. So wie auf diesem Bild auch sichtbar ist, das ist wie eine Kreuzung. Und hier orientiert man sich neu. Und das sagt dir was aus. Du stehst vor diesem Kreuzung, aber er steht auch vor diesem Kreuzung. Und es ist nicht nur Neuorientierung, sondern auch wichtige Entscheidungen. Diese männliche Hauptperson trifft auch Entscheidungen und sucht die Gespräche mit dir, weil neben ihm erscheinen die Vögel und das symbolisiert persönlichen Gesprächen. Das ist schön, das ist angenehm, zeigt dieser Blumenstrauß. Das kann auch eine Einladung sein, eine Überraschung oder ein Geschenk. Dieser Blumenstrauß bedeutet aber auch Monat Mai. Es kann sein, dass er bei diesem Kreuzung ist, dass er sich neu orientiert, aber erst Monat Mai sucht die Gespräche mit dir. Unterhalb von Wegen erscheint die Schlange. Es kann die Erneuerungsprozesse symbolisieren. Aber Vorsicht, weil erscheint der Fuchs auch. Sei achtsam, welche Richtung schaust du, welche Entscheidungen triffst in die nächste Zeit. Diese Schlange kann aber auch eine Frau sein. Das ist gar nicht direkt mit dir verbunden, sondern mit ihm verbunden. Aber da liegt die Falschheit, die Lügen, die Intrigen, zeigt dieser Fuchs. Er verdrängt das alles. Und unterhalb von Fuchs und unterhalb von Schlange liegen die Schwierigkeiten und Einschränkungen. Der Turm bedeutet zwar auch Ämtern oder Gericht, aber auch eingeengt fühlen und das Berg, die Schwierigkeiten und Probleme. Damit ist er verbunden und diese Frau verbunden. Das ist nicht dein Thema. Was dich betrifft, du erscheinst in die dritte Reihe im Kartenbild. Und vor dir ist der Reiter. Das kann Bewegung bedeuten, Sport, Auto, Reisen. Aber symbolisiert auch ein Mann. Und dieser Mann nähert sich zu dir. Und was noch vor dir liegt, dieser Turm, die Ämtern oder deinen Gefühlen, was dich gefangen hält, wie zum Beispiel Angst. Dann auch diesen Berg, die Probleme, aber zum Glück die Mäuse entfernen das. Dort, wo die Mäusen sind, die fressen alles auf und dann ist das nicht mehr da. Das kann sogar sein, dass diese Bewegung auch etwas verlangsamt oder kommt später, weil das können die Mäuse momentan auch entfernen. Die Karten, was oberhalb von Kopf liegen, zeigen die Gedanken. Bei diesem Mann sieht man das nicht, weil es gibt keine Karten über ihm. Und das bedeutet nicht, dass er keine Gedanken oder keine Pläne hat, sondern das bedeutet schlicht einfach, er lässt es nicht zu, dass andere in seinen Gedanken lesen können. Jetzt schauen wir an deinen Gedanken. Überhalb von dir ist ein Brief. Du wartest auf ein Nachricht oder auf Verträgen. Neben diesem Brief erscheint der Schiff und das bedeutet Auslandskontakte. Das kann ein Nachricht von Ausland kommen. Der Schiff bedeutet aber auch die Hoffnung. Was noch dein Gedanken beschreibt, das ist die Sonne. Du möchtest etwas klären. Natürlich bedeutet auch deine Ausstrahlung, dein Auftreten, dein Erfolg. Aber was für dich auch wichtig ist, etwas klar und deutlich sehen und erkennen. Neben diesem Sonne ist die Rute und das bedeutet etwas, was weh tut. Oft Streitigkeiten. Unterhalb von Sonne. Die Wolke zeigt etwas ist unklar, undurchschaubar und genau das möchtest du in Ordnung bringen. Was deine Wohnsituation betrifft, zeigt das Haus, steht alles im guten Sternen und du hast diesen Schlüssel in Hand. Das kann Umzug bedeuten oder dass du mit diesem Schlüssel die Tür öffnest oder schließt. Je nach Situation und du wirst auch überlegen, wer mit welchen Absichten kommt zu dir. Und das bereinigst du. Das zeigt die Lilien. Das Haus symbolisiert auch Familie, Elternhaus oder Verwandten. Da klärt sich auch etwas auf. Unterhalb von dir liegen die Störchen und das Kind. Natürlich kann das auch Kinder bedeuten. Oder die Störche zeigen eine Veränderung und das Kind ein Neuanfang. Und das erlebst du in der Liebe, weil das Herz ist auch da. Und im Freundeskreis, Bekanntenkreis zeigt dieses Hund. Natürlich das Kind und Herz kann auch bedeuten deinen Kindern und es ist sehr nah, sehr vertraut und sehr herzlich. Jetzt schauen wir an noch Beruf und Finanzen. Anker symbolisiert Beruf, Berufung. Der Anker erscheint in der untere Reihe. Neben diesem Anker ist das Buch. Das kann natürlich Buchhaltung sein oder du lernst etwas Neues. Aber bedeutet auch Verschlossenheit, dass gerade alles noch in der Schwebe ist. Mond erscheint auch und das heißt Zurückhaltung. Es ist alles eingeschränkt durch diese Corona-Krise. Aber kommt die Veränderung, zeigen die Störchen und das Kind auch. Also du kannst mit Neuigkeiten rechnen und dann kommt alles in Bewegung. Was das Geld betrifft, das zeigen die Fischen. Und bei Fischen erscheint die Sternenhimmel. Das bringt Glück, da vermehrt sich etwas und die Lilien zeigt, hier bereinigt sich etwas. Unterhalb von Fischen erscheint der Sarg. Natürlich kann das eine erbschaftliche Situation auch sein. Aber bedeutet auch, wenn alles stillgelegt ist, wenn keine Bewegung da ist. Aber diese Unbeweglichkeit entfernt die Sense und du kannst damit rechnen, dass finanziell verbessert sich etwas bei dir. Und die Sternen können sogar Gewinn auch bedeuten. Du hast Gewinnchancen. Und jetzt schauen wir an die einzelnen Wochen. Erste Woche, Monat, März zeigen die Karten in die erste Reihe. Der Weg zeigt wichtigen Begegnungen, Neuorientierung und Entscheidungen. Nicht nur du triffst diese Entscheidung, sondern er auch. Bald sucht die Kontakt zu dir, sucht die Gespräche. Das kann zwar bis Monat Mai dauern, aber das, was dich in die Zukunft erwartet. Etwas klärt sich auf und alte Verletzungen wirst du beenden. Du suchst deinen Platz im Leben, zeigt diesen Baum. Auch die Öffentlichkeit, was dieser Park symbolisiert. Weil das gibt dir Kraft, zeigt dieses Bär. Aber die Route ist auch da. Das sind die Einschränkungen. Auch was wehtut. Und der Baum kann auch Gesundheitsthemen auch bedeuten. Das heißt, diese ganze Corona-Krise trifft dich auch. Das sind die Einschränkungen, was auch wehtut. Und dabei verlierst du auch die Kraft. Zweite Woche, Monat, März. Du befindest dich in einer Wandlung, in Erneuerungsprozessen. Aber achte auf deinen Schicksalsweg. Achte auf deine Entscheidungen. Du musst auch nicht sofort entscheiden, warte bis Monat April. Zeigt dieses Klee, weil das symbolisiert Monat April. Dann hast du mehr Glück. Im Augenblick ist alles bewölkt und durchschaubar. Sei noch etwas geduldig. Du bekommst einen Brief oder einen Vertrag. Das kann von Ausland kommen. Etwas ändert sich bei dir wohnlich oder in der Familie. Sei selbstsicher. Alles steht im guten Sternen. Dritte Woche, Monat, März. Dieser Turm kann Ämtern oder eine rechtliche Lage bedeuten. Da sind noch Schwierigkeiten. Besonders ihm trifft das zu. Hat Themen mit einer Frau. Aber du bist mit diesem Karten auch verbunden. Zum Glück die Mäuse entfernen. Das bleibt ihm Vertrauen. Es kommt alles in Bewegung. Das ist wie ein Kreislauf. Das zeigt dieses Ring. Wobei dieser Ring kann auch Verbindungen bedeuten. Oder dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Und da spielt das Schicksal eine große Rolle, zeigt dieses Kreuz, eine karmische Begegnung. Und so klärt sich etwas auf, zeigt die Lilien. Das hat mit Finanzen, mit Geschäften auch was zu tun, was diese Reiter symbolisiert. Und kann auch eine männliche Person sein. Aber wenn es um die Liebe handelt, um Seelenpartnerschaft handelt, dann bedeuten die Fischern die inneren Werte. Und das ist eine tiefe Liebe. Letzte Woche, Monat April. Etwas ist noch im Verborgenen, zeigt dieses Buch. Und das hat mit deinem Beruf, Berufung was zu tun. Sei geduldig. Du empfängst etwas. Und dann kommt eine Veränderung, zeigen die Störchen. Und mit diesen Neuigkeiten kannst du rechnen, zeigt das Mädchen. Zurück zu diesem Buch. Das kann auch Buchhaltung sein. Hat auch mit deinem Geschäft was zu tun. Oder dass du lernst etwas. Diese Veränderung trifft dich nicht nur beruflich, sondern mit diesen Neuigkeiten kannst du in die Liebe auch rechnen. Das Herz ist auch da. Und im Freundeskreis, Bekanntenkreis. Wobei, du wirst von einigen auch trennen, zeigt diese Sense. Was diese Kombination unten rechts noch bedeuten kann. Eine alte Freundschaft kehrt wieder zurück und es kommt plötzlich ohne Wartet, zeigt die Sense. Liebe Udianna, so könnte ich Monat März beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme, wenn es euch gefallen hat. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici Eure Dendera Susanna Medici